Moin. Guten Tag. So, Nachschulung. Theorie immer okay, aber an der Praxis, oi, 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 oi. Da fallen wir jetzt mal ein bisschen dran. Hä, wie, was ich mache? Vom Kreisverkehr stand 30 und jetzt fahre ich 30 mal rum. Wow. Oh, der fährt aber dicht auf da hinten. Kennzeichen Dortmund. Keine Sorge, der ruht nicht. Wissen Sie was? Ich möchte anhalten und über den Weg nachdenken, der vor mir liegt. Ja? Testfrage. An welchem Straßenschild müssen Sie sofort anhalten? Ähm, am Ortsschild von Gelsenkirchen. Moin, hallo. Ne, alles gut. Ich bin gerade bei der Fahrschule. Ja, wenn du so fährst, dann kriegst du einen Punkt. Ja, hallo. Deswegen? Ne, ne, alles gut. Das war der Fahrlehrer. So, jawohl. So kann ich keine aufs Dach kriegen. Hallo. Bielefeld, wo bleibt denn Bielefeld? Ne, 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 Leute. Hallo. Also spätestens jetzt solltet ihr auch wissen, dass es mich gibt. Aus ökologischen Gründen ist es Wahnsinn. Der Pkw ist nicht notwendig. Ja. Sorry, du bist in einem toten Winkel. Habt ihr nicht gleich erkannt. Ja, ja, ist alles gut. Entschuldigung, wo geht's denn hier nach Madrid und Barcelona? Immer langsam. Wir fahren jetzt erstmal auf Sicht. Wir fahren jetzt erstmal nach Bielefeld. Es ist ein Auf und Ab hier. Sorry, ich hab's gleich. Ne, doch nicht. Oh, das muss ich nur üben. Ich muss meine PS besser auf die Straße bringen. Auswärtsfahrt. Ich würde gern Anhänger mitführen. Geht nicht. Wegen Corona? Jetzt? Nein, sie haben keine Anhänger. Sie müssen lernen, mehr Gas zu geben. Die sind alle schneller als ich. Ich brauche mehr PS. Wie mache ich denn das? Ich komme sonst unter die Räder. Sie müssen in der Rückwärtsbewegung schneller schalten. Achso? Ja, fast. Riecht nach Gummi. Verbrannten Gummi. Wo geht denn hier das Flutlicht an? Ich hatte mir so viel vorgenommen, aber es klappt einfach nicht. Vielleicht erst alles richtig einstellen. Aber meine Einstellung ist nicht das Problem. Okay, das wird schwer. Tschüss, ich fahr Fahrrad. So, Theorie haben wir. Praxis haben wir auch. Und jetzt Videos gucken. Geil. Also,- Vielen Dank.